Der Dachstatt macht das Tor bitte schließen. Dankeschön. Und ja, wir haben eine gute Rolle. Wir haben die Schmerzen wieder. Arslan Feizuli! Und es geht in Führung. Fabian Wachs gekontert von Arslan Feizuli. Aber er schlägt zurück! Ah, schöner Zweikampf auf der Gegenrat. Denn jetzt setzt sich allerdings Arslan Feizuli durch. Und der Busse gehört, der hier super sauber herumkommt. Und sich jetzt in dieser Klasse erstmal deutlich in 10 setzt. Dahinter, sagte ich schon, ist es Fabian Wachs. Und wir haben die letzte Runde schon für die Juniorenklasse CS. Bleibt dabei, er holt sich seinen ersten Laufsieg. Arslan Feizuli durch. Wow! Jeff Mischewinski. Trump! Trump! Trump!